IDEA Spektrum – Nachrichten und Meinungen aus der evangelischen Welt. Diese Woche in der aktuellen Ausgabe Das größte Ereignis zum Reformationsjubiläum steht bevor. Kirchentagspräsidentin Austerau im Interview. Dazu eine kritische Einordnung. Zwei Kommentare zur Lage der SPD nach den vergangenen Landtagswahlen. Das IDEA Spezialgemeinde bietet hilfreiche Beiträge in der Arbeit mit unterschiedlichen Altersgruppen. Außerdem ein Theologe zu den Hauptanliegen der Reformation. Dürfen Kirche und Diakonie auch Nichtchristen einstellen? Und der stellvertretende Chefredakteur von BILD.de über seine Bekehrung. Gedruckt, digital und auf Ihrem mobilen Endgerät. Lesen Sie IDEA Spektrum. Einfach Ihr Abo anfordern unter idea.de-abo oder telefonisch 06441 9150 und sichern Sie sich Ihre wertvolle Willkommensprämie.